Kennst du noch Ben? Der hat vor über zwei Seasons leider sein Haus verloren und muss nun in einer Höhle leben. Das tägliche Rumsitzen hat Ben leider auch etwas verrückt gemacht. Bens Traum ist es, wieder ein Haus zu haben, in dem er ganz normal leben kann. Der Arme ist echt traurig und kommt täglich her. Helf Ben jetzt schnell mit einem Abo und einem Like, damit er wieder ein Zuhause hat. Freunde, ihr habt's geschafft! Ben hat endlich wieder ein Zuhause und schaut mal, wie glücklich er ist. Freunde, im heutigen Video machen wir die Nur-Ein-Haus-Looten-Challenge von Laserbeam. Das heißt, wir dürfen nur ein Haus looten und müssen mit den Sachen, die wir finden, einen epischen Sieg holen. Falls du neu auf dem Kanal bist, dann lass doch gern kostenlosen Abo da. Die heutige Challenge wird echt hart, also seid gespannt. Und wie immer, Freunde, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann tragt doch gern meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Versuch Nummer 1. Ich hab keine Ahnung, welches Haus am besten für die Challenge ist. Also ich hab vorher nichts abgecheckt oder so. Aber ich würd sagen, wir gehen erstmal Platz im Park runter und hoffen einfach, dass wir ein bisschen Glück haben. Okay, wir sind schon mal alleine. Das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch Waffen. Eine M16 und Minis. Nicht schlecht. Die nehmen wir auch mal mit. Gehört die Kiste jetzt dazu oder nicht? Was würdet ihr sagen? Ich würd sagen, wir gucken einfach mal kurz in die Kiste rein. Und... Ja, ihr habt recht. Die Kiste gehört einfach nicht dazu. Hier ist gar nix. Ja, dann wird das der Loot für unsere Runde sein. Jetzt brauchen wir nur noch Gegner. Hey, da ist schon einer. Was macht der denn da? Der muss so low sein. Baut er hier an oder was? Hä? Der dachte halt, bleib ich auf der ganzen anderen Seite. Warte mal. Darf ich seine Heilung jetzt benutzen oder nicht? Wie war das denn nochmal bei der Challenge? Geh ich das nur für Waffen oder für alles? So low kann man doch einfach nicht sein. Ich fang eine Challenge an und ich weiß gar nicht, ob ich Sachen darf oder nicht. Hey, das gibt's einfach nicht. Hier ist auch noch einer drin. Ich meinte, wir können bei dem mal nachfragen. Hä? Was macht der denn da? Ich glaub, der macht die No-Sound-Challenge. Na gut, ich mein, die Heilung können wir ja einfach mal mitnehmen. Und dann können wir ja gucken, ob wir die benutzen können. Uh, der nächste Gegner. Was geht denn jetzt ab? Wie ich einfach zeitgleich von zwei Leuten angeschossen werde? Die wollen, dass ich Cabrio spiele. Wo ist denn der Typ auf der anderen Seite? Der ist schon mal da drin und der andere? Ich hol mir den jetzt. Ey. Ey, der Typ chillt hinterm Auto oder was? Was denn das für einer? Der Typ ist unglaublich. Was kämpft der dahinter im Auto einfach? Ey, das ist noch einer. Den schieß wir jetzt auch noch an. Alter, ich hab vier Leute wild gemacht. Was meint, der kriegen wir den? Und jetzt Trick 17 bei dem. Wow. Alter. Trick 17 klappt nicht. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich benutze jetzt erstmal nur die Heilung, die wir im Haus gesaved haben. Und den Rest, den... Ja, keine Ahnung. Ey, Hauptsache, der wird einfach weglaufen. Was ist denn das für einer? Erst schießen und dann weglaufen. Was hier schon wieder im Pleasant Park abgeht. Wow. Wow. Den haben wir einen Schuss gegeben und der war down. Richtig abgestoppt. Das reicht. Den holen wir uns auch noch. Ja, schießen wir runter. Oh, er hat einen Pumpgun. Aber wir haben auch eine. In Form von einer Pistole. War da noch irgendwo einer, oder? Ah. Ey, der rushed mich. Was war das denn? Nice try, Alter. Oh nein, hier rushed mich noch einer. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich will doch nur wissen, ob ich die Heilung benutzen darf. Oh, das sieht nicht gut aus. Natürlich, er verfolgt mich auch noch. Oh, wir müssen hier sowas von weg. Das letzte, was ich noch benutzen darf. Das Jumpit. Hau rein. Wenn wir es in den Bus schaffen, ohne dass er es sieht, können wir auf jeden Fall mal im Internet nachgucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass er uns hier nicht findet. Oh, wir müssen uns richtig beeilen. Nein, Werbung. Was ist das denn jetzt? Oh, wo ist das denn? Schaut an. Der hat Bandagen und Medikit dabei. Und? Alles klar. Seht ihr, er hat Blue Shield dabei. Okay, das heißt, unsere Sachen können wir auch benutzen. Ey, was? Nein, ich bin tot. Woher wusste er das? Oh mein Gott, ey. Das war so eine gute Runde. Nur weil ich es nicht wusste. Okay, Freunde. Neuer Skin, neue Runde. Also die Waffen, die wir im Haus finden, dürfen wir für die Runde nicht mehr wechseln. Aber alles andere können wir frei benutzen. Aber schaut euch mal den Skin an. Der Typ sieht aus wie Ghost Rider. Und dazu noch der Batman-Umhang. Das ist so krass. Müssen wir schnell machen, wir sind hier nicht alleine. Wow, die Waffe ist schon mal gar nicht übel. Wir zeigen den Russian Beer und dann looten wir den Rest. Guck mal, ein Fußball jetzt gehen. Oh nein, ich glaube, der ist nicht schlecht. Das ist ein Schwitzer. Okay. Als ob diese Leute immer direkt einen Tag finden am Anfang. Wie viele Leute sind denn hier im Insulti immer? Alter Schwede. Ey, da ist eine Waffe. Wenn wir die kriegen würden, das wäre schon mal richtig gut. Oh nein. Er hat sie... Hä, was? Durchs Fenster? Das gibt's nicht... Nein. Komm, wer hat denn den? Hä? Wie hat der die durchs Fenster bekommen? Ey, jetzt mal im Ernst. Bin ich ein Bummi oder wusstet die auch nicht, dass das geht? Die hat die Waffe einfach durchs Fenster geholt? Gut zu wissen. Ey, ich weiß nicht. Bei der Runde... Ich sag euch, ich hab ein gutes Gefühl. Das könnte eine richtig gute Runde werden. Ey, was ist das denn? Okay. Neue Runde. Wir warten jetzt einfach, bis der andere down ist. Und dann gehen wir drauf. Ist der down? Ja, sehr gut. Am Showtime. Ein bisschen schnell sein, bevor der sich heilen kann. So. Ein Triple Shot und der ist weg. Passt auf. Nein. Der hat dafür die geile Pumpgun. Oh, das war so dumm. Warum mach ich das immer? Was geht denn jetzt ab? Alter, da ist aber einer richtig wild. Alter, was geht da ab? Ihr kennt doch diesen Riesenbusch hier, oder? Den, der jetzt gleich vor mir auftaut. Ich hab jedes Mal Angst, dass da einer drin ist. Ich sag's euch. Ich geh hier immer vorbei und denk, da ist einer drin. Oh, das ist einer drin. Das kann nicht wahr sein. Und ich seh ihn einfach nicht. Alter, wie wir ihn treffen. Jetzt versteh ich auch, warum die Legacy-Steuerung raus muss. Ey, das Ding ist wie Wallack. Äh, ich hab ihm Gott nicht den Fofi zugeworfen, oder? Oh, warte, Alter. Entweder war das die schlechteste Aktion ever, oder es war einfach die beste. Boah, Freunde. Ich sag euch, ich musste das Skin wechseln. Ich weiß nicht. Das hat total Unglück gebracht. Wir sind ja nur down gegangen. Wir versuchen jetzt einfach mal in das Haus zu kommen. Und diese Fenstertrick-Technik zu machen. Das wär so gut, wenn wir in die Waffe kommen könnten. Es klappt, es klappt. Was machen die denn da? Alter, wirf mir sogar den Fofi zu. Zieht euch das rein. Der Trick hat einfach funktioniert. Und da will doch mal einer sagen, er lernt hier nichts aus den Videos. Demnächst sehe ich hier nur noch Leute, die am Fenster umgeiern. Machen wir die Graut-Challenge hier, oder was? Okay, die M16 nehmen wir schon mal mit. Und ach komm, die 4 nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das noch. Hier oben ist doch auch immer eine Kiste. Wenn wir da drin noch Minis finden würden, das wär zu gut. Nein. Das kann nicht wahr sein. Wir finden einfach eine goldene Skada drin. Und Minis. Jetzt ist der Druck da, Freunde. Also wenn wir die Runde nicht holen mit den Waffen jetzt, dann weiß ich auch nicht mehr. Was macht der denn da? Seht ihr das? Hey, der wirft einer C4 aus dem Fenster. Der kriegt jetzt mal seine eigene Medizin. Na, wie schmeckt der das? Na, jetzt weglaufen, oder was? Wir brauchen einfach so Druck auf, dass er nicht ihn kommen kann. Wartet mal ab. Alles klar, der klettert einfach durch meine Rampe durch. Mal Real Talk, Freunde. Soll ich mir mal Naruto anschauen? Ich kenne das auch gar nicht. Wo ist der Typ denn? Machen wir mal da raus jetzt. Wow, der ist ja schon hier oben. Wie kommt der denn hier hin? Ich hab den einfach nicht gehört. Wir brauchen so dringend Heilung, wenn jetzt der LKW noch da ist. Jackpot. Komm, Gott sei Dank, er ist da. Und weiter geht's, Freunde. Warte mal. War da jetzt gerade einer? Ja. Was macht der denn da? Alter. Der hat ja voll die Auswahl verpasst. Kommt da einer mal aus? Ja, da ist einer drin. Man denkt, man hat alles gesehen. Und dann sowas. Da ist echt einer drin. Was ist denn mit dir los? Der Typ hat hier einfach alles vermint. Wieso macht man das? Wow. Gut, dass hier Pilze rumliegen. Die können wir alle nehmen. Immerhin. 70 HP wieder da. Ist hier auch... Was war das denn? Ist das ein Boot? Warte mal. Ist der Typ gerade mit dem Boot in den Tresorraum gefahren? Tatsache. Was ist das denn? Wo sind die denn? Wo ist der Typ hin? Hey, jetzt mehr als nur der Typ. Wieso war der Typ noch verkleidet? Hä? Seht ihr den da vorne? Den werden wir jetzt so richtig auflauern. Sag euch. Der wird es gar nicht kommen sehen. Wenn der stehen bleibt, lasern wir den. Alter, der hat es so kassiert. Den müssen wir jetzt schnell rushen. Alles klar. Natürlich schießt wieder irgendeiner auf uns. Sehr gut. Ja, okay. Das ist einer von 80 Millionen, die besser sind als ich. Und der haut ab. Alles klar. Der ist sowas von weg. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ey, geht es dir gut oder was? Der Typ soll da auf jeden Fall ein bisschen weniger mit C4 spielen. Ey, das ist doch der Typ von gerade. Gerade ist ein 28er. Und ein 27er. Wo sind die 31er? Ey, den holen wir uns diesmal. Nicht schon wieder. Jetzt haben wir dich. War da noch irgendwo einer, oder? Ja, unter mir. Alter, hat der kassiert. Wo kommt der denn auf einmal her? Richtig, den haben wir auch. Hier geht es ja gerade richtig zur Sache. Ey, wir haben ja schon 11 Kills. Das könnte die beste Runde in Season 2 werden. Warte, da habt ihr noch mal 12. Der wird stark kassiert. Das hilft dir jetzt auch nicht mehr. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Was, äh, war das jetzt? Guckt euch mal seinen Loot an. Guckt euch mal den Loot an. Und wir dürfen nichts benutzen. Ja, ich glaube, das sind relativ gute Spieler hier. Turtle Time, oder was? Ich sag euch, ich bau das jetzt hier oben einfach alles zu. Ist mir egal. Wow, hat der Typ gerade auf mich geschossen, oder was? Was geht denn hier unten ab bei euch? Guckt euch das mal an. Warte, warte mal. Hat er gerade einer als Jump-Hit benutzt? Hä, aber wo? Ey, Tatsache. Was geht ab? Ich hab's gehört, aber ich hab den Eifer nicht gesehen. Einer noch. Als ob irgendjemand gedacht hätte, dass wir so weit kommen. Der Letzte muss jetzt irgendwo unter uns sein. Komm schon. Oh mein Gott. Wir holen ihn einfach mit der M16. Ey, ich bin so verpeilt. Ey, ich wollte eigentlich die Scar benutzen. Was war das denn ne Runde? 14 Kills am Ende. Keine Ahnung, wann ich mal so viele Kills in Season 2 hatte. Wahrscheinlich noch gar nicht. Also die Challenge haben wir auf jeden Fall mehr als erfüllt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wir sehen uns im nächsten Video.